Abstand, Punkt, Ebene. Herzlich willkommen bei Mathe mit Trick und das auch wieder ein ganz toller Aufgabentyp. Der kommt häufig im Abi dran, das ist eine beliebte Klausuraufgabe und man kann das Ding sehr, sehr einfach knacken. Wir haben eine Ebene, die ist in der Koordinatenform gegeben, wie so häufig, und wir haben einen Punkt mit den Koordinaten 1, 2, 1. Wir wollen den Abstand zwischen dem Punkt und der Ebene bestimmen. Grafisch würde das in etwa so aussehen. Wir haben einen Punkt, den markiere ich hier mal in gelb, und der hat einen Abstand von dieser Ebene E. Und diesen Abstand wollen wir ermitteln. Diesen Abstand wollen wir ermitteln. Und wie machen wir das? Wir werden gleich die Hesseform anwenden. Na, das ist ja richtig klasse. Die Hesseform. Das Rezept ist ziemlich simpel und besteht nur aus einem Step. Und dieser Step heißt, Step 1, wende die Hesseform an. Okay? Gut, gucken wir uns mal an. Hesseform. Was ich jetzt allererstes mache, kann ich auch mal so ganz kleine Teilschritte benennen. Ich schreibe als erstes auf Distance Punkt Ebene. Ich möchte den Abstand von Punkt und Ebene bestimmen. Ist gleich Bruchstrich. Auf diesem Bruchstrich schreibe ich zunächst einmal die linke Seite der Ebenengleichung. Also 4x minus 2y plus 4z. Als nächstes, und das ist auch ziemlich simpel, ziehe ich die 2 hier rüber. Also ich rechne auf beiden Seiten der Gleichung minus 2, schreibe das auf, setze das jetzt in Beträge. Und jetzt teile ich durch den Betrag des normalen Vektors. Klingt komisch, ist aber ziemlich simpel. Mutzel 4² plus minus 2² plus 4². Wenn ich jetzt die Koordinaten des Punktes p einfüge, dann bekomme ich eben genau den Abstand. Und das ist schon alles. Nehme die Ebenengleichung. Die linke Seite, schreibe sie auf, ziehe die 2 rüber, setze das in Beträge, teile durch den Betrag vom normalen Vektor. Linke Seite, 2 rüberziehen, Beträge durch den Betrag vom normalen Vektor teilen. Das klappt immer. Das sind 4 kleine Teilschritte. So, ja, okay. Machen wir mal. Ist gleich. Der Bruchstrich bleibt uns erhalten. Ich schreibe auf. 4 mal 1 minus 2 mal 2 plus 4 mal 1. minus 2. So, wo kommen die Zahlen her? Na, das sind die Koordinaten von Punkt p. Hier haben wir eine 1. Ich trage die 1 hier ein. Das ist die x-Koordinate. x. So, dann habe ich 2. Das ist die y-Koordinate. 2. Und dann haben wir nochmal 1. Das ist die z-Koordinate. So einfach. Unten im Nenner entsteht die Wurzel. 4 zum Quadrat ist 16. minus 2 zum Quadrat ist 4. Und 4 zum Quadrat ist nochmal 16. Ja, Abstandspunkt-Ebene ist eigentlich wirklich nur eine Rechenaufgabe. So, 4 mal 1 ist 4. Minus 2 mal 2 ist auch 4. Dann habe ich noch 4 minus 2. 4 minus 2 ist also 2. Steht oben. Im Zähler. Also hier entsteht quasi, das ist 4, das ist minus 4, das ist nochmal plus 4, das nochmal minus 2. 4 minus 4 ist 0 und 4 minus 2 ist 2. Im Nenner entsteht 16 plus 4 ist 20, plus 16 ist 36. Wurzel 36 ist 6. Naja, und das ist alles. Warum haben wir eigentlich so einen großen Bruchstrich gezeichnet? Naja, Distance vom Punkt E zur Ebene E bis 2 Sechstel. Ich schreibe einfach noch ein Drittel. Kürzig noch Längeinheiten. Kann man auch dahinter schreiben. Und dann sind wir schon fertig. Der Abstand vom Punkt P zur Ebene E beträgt ein Drittel Längeinheiten. Und damit sind wir hier fertig. Das ist alles. Was du dir merkst, du nimmst dir die Koordinaten von der Ebene E, ziehst diesen Anteil 2 einfach rüber, indem du 2 subtrahierst, setzt das in Beträge, teilst durch den Betrag vom normalen Vektor und setzt dann die Punktkoordinaten ein. Die heißen hier 1, 2, 1 und dann rechnest du das aus. Ganz easy. Und ganz sachte und ganz langsam. Gerne mehrere Schritte durchführen, kein Problem. Wir bekommen dann 2 Sechste raus, das kann man kürzen und das ist dann ein Drittel. Hesseform gut merken. Wenn wir den Abstand von Punkt und Ebene berechnen wollen, dann ist die Hesseform Gold wert und das geht wirklich schnell. Wenn du das gut übst, und das würde ich empfehlen, dann kannst du das sehr, sehr schnell und zügig durchziehen. Da gibt es dein Abi 3, 4, 5 Punkte für. Das ist eine Aufgabe, die verhältnismäßig hoch bepunktet wird, häufig hoch bepunktet wird, häufig hoch bepunktet wird und rechnerisch hier sehr einfach funktioniert. Das ist einfach eine Regel, die du immer umsetzen kannst. Abstand Punkt Ebene, einfaches Rezept, nur ein Step. Wir brauchen die Hesseform. Die gut üben und dann wirst du in der nächsten Klausur, beziehungsweise in deinem Mathe-Abi, da erfolgreich sein. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick Tipp Lieber